Willkommen und herzlichen Glückwunsch zu den Sprint-Kompetitionen. Kaisermacherinen, Finnland. Kaisermacherinen, Norwegen. Kaisermacherinen, Finnland. Kaisermacherinen, Finnland. Kaisermacherinen, Finnland. Kaisermacherinen, Finnland. Kaisermacherinen, Finnland. Eine gute distanz. Er hat euch daran geschah, die du verhalten für dich? Ja. Es war eigentlich eine Butteróriainige, hier auf der Grab Party. Ich glaube auch, dass es ein poorly allowinger Ammer plan Mitarbeiter zu machen. Danke. Anyway, ich hatte eine gute Runde und ich bin wirklich glücklich und glücklich mit dem Motto. Wollte du, dass du mit einem Missed Shot gewinnen würdest? Ich dachte nicht, welches Platz ich werde, weil ich wusste, dass viele gute Mädchen ein viel größeres Nr. als ich hatte. Ich dachte, dass ich meine eigene Runde mache und dann sehen wir, was die Platz ist, nachdem ich alle in der Schlussfolgerung bin. Nach der zweiten Schüttung warst du 1.10 Sekunden vor Tora und am Ende 6.1 Sekunden. Du fühlst dich so stark und nicht so hart nach so einer langen Saison? Heute fühlte ich mich ziemlich hart. Ich dachte mir, dass ich vier mehr Runden in der Weltkappen gehen habe. Ich fühle mich auch hart. Aber ich fühle mich trotzdem ziemlich gut. Und ich denke, dass die anderen so viele Runden wie ich habe. Es ist das Gleiche für alle. Wie groß sind deine Chance für ein Hattrick morgen? Ich denke, dass es morgen viel winder wird. Wir sehen uns morgen. So, dass alles auf der Schüttung passieren kann. Es wird kein einfacher Tag für die Schüttung sein. Und wir sehen uns morgen. Ich werde jetzt nichts überprüfen. Tora, clean Schüttung. Wie sehen Sie deine Runden heute? Und wie war deine letzte Lübe? Ja, ich bin wirklich glücklich mit der Schüttung. Heute. Es ist die erste Mal in dieser Saison, dass ich clean Schüttung habe. So, ich bin glücklich mit dem. Und es fühlt sich okay. In der Kurs habe ich hart kämpft. Aber Kaisa ist in wirklich starker Form. So, es ist wirklich hart zu kämpfen mit ihr. Sie erwartet, dass du mit Kaisa mit der Schüttung mit der Schüttung der Schüttung vor und vor der Saison? Weil sie mit der Peak-Performance kam ziemlich late? Vor der Saison habe ich nur gedacht, dass ich große Runden in den Olympischen Runden mache. Und ich habe kein Ziel. Mein Ziel für diese Saison war der Olympischen Runden und nicht der Total Cup. Aber jetzt, wenn ich so nahe mit Kaisa kämpfe, ist es lustig. Aber es wäre lustiger, wenn ich in besser Form gewesen wäre, als sie jetzt. Außerhalb von den Olympischen Runden, wie viel Unterschiede du sehen möchtest zwischen der letzten Saison und dieser Saison? Gleiches Spaß, mehr Spaß, weniger Spaß oder Motivationprobleme? Ich denke, die Motivation war die gleiche. Ja, die letzte Saison war fantastisch für mich. Ich verstehe, dass es vielleicht nicht möglich ist, dass es das gleiche Saison zu machen. Aber ich habe eine wirklich lustige Saison. Ich hoffe, dass ich auch die nächsten vier Runden habe. Und das auch. Gabriele, Johannes Böhl sagte, dass ein frühes Runden ein großer Vorteil war. Du hast jetzt 71. Wie sieht man die Situation bei der Mädchen Sprint? Ich denke, ja, das ist wahrscheinlich wahr. Weil ich konnte sehen, dass in der ersten Runde, der Schnee war sehr tief, aber in der letzten Runde, es war sehr hart, in den downhills, in den Kurven. Also, vielleicht könnte es ein bisschen besser sein, wenn ich in der ersten Runde bin. Aber das ist das Ende der Runde und das ist das perfekte Resultat für mich. Was kann ich noch mehr wollen? Nach der zweiten Runde warst du 2.8 Sekunden vor der Kaisa. Nach der zweiten Runde warst du 12.9 Sekunden vor der Kaisa. Wie gut hast du dich informiert über deine aktuelle Position auf dem Kurs? Nach der zweiten Runde habe ich informiert, aber ich dachte, Kaisa ist ein fantastischer Skier. Und in dieser Zeit konnte ich nicht schneller gehen. Aber ich bekam Antibiotika in der letzten Woche. Also war es wichtig, dass ich für mich zum Schluss kommen. Ich glaube, dass ich nicht in die Top 5 gelandet habe. Und das ist wahr. Das ist unglaublich. Du hattest die Runde in Pukluka skippen. Hat das dir eine neue Energie für die letzten zwei World Cups gegeben? Ich hatte ein bisschen Angst vor dieser World Cup. Weil ich angefangen habe, mich zu Hause zu sein. Aber das ist toll, dass ich wieder zufrieden kann. Haben wir Fragen? Nein, vielen Dank. 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 Vielen Dank.